Wahrscheinlich wäre jetzt so der Moment, um umzudrehen. Ich hab da gerade... Oha, voll gruselig. Ich hab da gerade ein Garage gehabt. Das schaut gar nicht gut aus. Hallo und herzlich willkommen zu... Ich hab grad scheiße, ich hab meinen Kargummi in meinen Helm gespucken. Oh nein! Was ist nein? Na, wenn sich der da verklebt... Ich hab meinen Kargummi in mein Visier... Der liegt jetzt da unten bei dem Mundschutz. Auf jeden Fall, ohne Kargummi geht es weiter. Ich bin in Ottenstein in Niederösterreich. War dort heute spazieren. Wunderschöne Gegend, kann ich nur sagen. Und jetzt fahr ich wieder zurück nach Wien. Und ich sag euch eines, ich hab beim hinfahren schon entdeckt. Da waren richtig geile Kurven. Also ohne Spaß jetzt. Und ähm... Die werden jetzt ein bisschen geballert werden. Ich muss nur schauen, ob ich eh... Aber ich glaub schon, dass ich richtig bin. Es wird jetzt schon langsam dunkel. Weil ich wieder mal zu spät weggefahren bin. Und mein Kargummi gammelt da einfach immer noch irgendwo in meinem Helm rum. Bitte, ich muss dran denken, wenn ich stehen bleibe, den Kargummi da raus zu geben. Ich seh ihn ja nicht mal. Der ist einfach... Irgendwo da drinnen. In meinem Helm. Wie hab ich das bitte geschafft, den überhaupt auszuspucken da drinnen nicht? Ich glaub ich bin schon ein bisschen zu weit, kann das sein? Ich glaub ich bin schon wieder einfach irgendwo ab. Wahrscheinlich wäre jetzt so der Moment, um umzudrehen. Es riecht ein bisschen nach Regen. Scheiße, das sieht gar nicht gut aus. Ich glaub ich bin falsch gefahren. Ich glaub ich bin falsch gefahren. Komm mal rein da. Was ist das für ein... Was ist das für ein Scheiß... Scheißboden da. Okay, das ist besser. Ich hab da grad... Oha, voll großlegig. Ich hab da grad ein Garage gehabt. Leute, seht ihr das? Da kommt noch ein ordentliches Stück auf uns zu. Und wir sind hier. Also... Ja. By the way, es ist Zeit. Wie ekelhaft. Habe ich den... Ich spür ihn ja nicht mal. Oh doch. Bäh. 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 Der Kaugummi ist hinter das Mikrofon gerutscht. Voll ekelhaft. Ich hab ihn grade rausgegeben. Und jetzt, nachdem ich meinen Rucksack gewaltvoll geschlossen habe... Kann es weitergehen. Ich war eh richtig. Also richtig. Ich bin ein bisschen falsch gefahren. Aber es macht nichts. Es liegt am Weg. Und es kommen jetzt ein paar Spitzkirren auf mich zu. Im Finstern. Geil ist das. Aber ich muss eigentlich nur gerade, gerade, gerade. Und die Wolken da hinten schauen echt nicht gut aus. Und ich fürchte, ich muss leider ein bisschen da reinfahren. Aber schauen wir mal, wie wild das wirklich ist. Ah, das ist ein Sound. Huhuhuhu. Na ja. Weiter geht's. Eh, immerhin sind so ein paar Laternenchen. Ich darf halt jetzt einfach nicht so... Wenn ich nichts sehe, muss ich halt auch ein bisschen langsamer fahren. Aber das geht schon. Oha. Oha. Das Fernlicht. Ne? Bringt schon was. Wow, was ist denn das für eine Straße? Holy shit. Oha. 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 Das schaut gar nicht gut aus.